Okay, jetzt hier gehen, okay, niemand hier, niemand hier, oh, was geht Leute, mein Name ist Lenji und willkommen zurück zu einem neuen Video, dieses Spiel nennt sich, äh, Abide at Freddy's, egal, dieses Spiel ist so verdammt gut, es ist ein FNAF-Fangame und wir haben letztes Mal schon eine Folge gemacht, also wenn du ein paar Danties gesehen hast, geh zurück und check es aus, aber Leute, das ist vielleicht, ich hab nicht alle Fangames gespielt von FNAF, aber dieses hier könnte einer der besten sein, okay, ich lieb's absolut, also ja, das ist jetzt für zwei, also wenn du mehr davon sehen willst, lass noch oben da für den Algorithmus und und lass uns spielen und vergesst nicht zu abonnieren, um keine Videos mehr dazu zu passen, also was haben wir hier, ähm, Rusty, okay, was meinst du jetzt? Rusty screws pop out in the conveyor, was? Okay, sorry, mein Bild war kurz weg, ähm, mein Kopf ist, mein Hut ist zu groß, um da rein zu gehen, oh, nein, my head is too big to fit inside there, so if you could head in and swap him out for me, that'd be mighty nice, ich soll was auswechseln? Schrauben? Oder was willst du von mir? Ähm, I'll shut down the conveyor from the, my side. Oh my god, ich war nicht, ich, oh god, leider, ich weiß grad nicht, was er meint, 100%, ich bin ganz ehrlich, ich hab, was? Achso, er ist mir gezeigt, oder wie? Okay, warte mal, äh, achso, nein, 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 Digga, nein, Junge, was soll ich machen hier? Okay, click a screw, ach, hier, okay, nein, nein, okay, fünf müssen wir ja sammeln, ähm, achso, Digga, bitte, ach, da oben, ähm, oh, Junge, game over, willst du mich, oh my god, oh, okay, weil ich, neue FNAF-Spiele, legendär, Leute, geh zurück, geh zurück, achso, neue hintun, also, sorry, achso, warte, ich glaub, äh, you have your servitor on your conveyor, Nein, hab ich nicht, wir können auf jeden Fall das hier nutzen, wenn sie kommen, bist du ja vielleicht das, einer von denen, das funktioniert, niemals, oder? Digga, was ist das? Mach das hier, okay, oh my god, also, sorry, aber, das ist bis, nein, ich muss immer, das ist ein Scherz, funktioniert das? Anscheinend, ja, okay, das find ich cool, merkt ihr mal, wo die Schraubenlöcher sind, oh god, okay, ah, noch mehr, scheiße, oh, oh, okay, langsam hab ich's wirklich nicht so zu voll, also, ich weiß auch nicht, wie ihr das seht, aber, mir gefällt das gar nicht gerade, okay, sammeln einfach, so, Was muss ich denn genau drücken, achso, einfach das hier, ich verstehe, neun Stück, okay, okay, easy, eigentlich ist das nicht so schwer, wenn ich lügen würde, okay, kommt jemand, okay, ja, 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 geh mal weg, geh mal weg, geh mal woanders hin, na, eine, eine, ich weiß nicht, wo die letzte ist, ich seh sie nicht, Äh, da oben, oh, ah, das war nur ein Minigame, achso, ja, das ist ja fein, wenn das ein Minigame war, kein Problem, ähm, jetzt kochen wir, now we are cooking, das kann man nicht auf Deutsch übersetzen, das ist so etwas, das klingt einfach scheiße auf Deutsch, now we are cooking, wenn ihr, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, oder wenn ihr Englisch versteht, dann wisst ihr, was es bedeutet, okay, ähm, this is it, last run through the orders, Okay, wie, letztes Mal? Nein, oder? Äh, if the cameras start having trouble, give them a refresh through the backstage camera. Oh, nein! Jetzt müssen wir auch noch, wenn die Kameras, okay, das ist aber okay, wenn die Kameras Probleme machen, müssen wir zu Camp 9 gehen und dort refresh cameras drücken. If a robot messes up with them, old wires in the back, äh, a refresh could stock, äh, shock them away. Wow. Then if the cameras get completely frozen up, you can switch to back up. Oh, nein. Enable back up. Ähm, if this puts it on that recurrenty office power, so best keep em refreshed. Digga? Also, okay. Oh, mein Gott, aber woher soll ich, scheiße, woher soll ich wissen, ob sie eingefroren sind? Oh, no. Get ready, last round of orders. Nur einmal noch, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Äh, okay, cool. Also, so habe ich das gemacht, dann habe ich hier nachgeguckt, dann hier, refreshed cameras. Aber wenn ich hier bin, doch, ich kann eigentlich schon sehen, ja doch, wegen der Statik, wegen der Statik, weil normaler, es ist ja kein normales Bild. Wegen der Statik sollten wir in der Lage sein zu sehen, ja, hundertprozentig, und einfach hier hingehen und hier drauf drücken und dann wieder zurück zu. Also Camp 9 wird jetzt, ja, es wird, es wird hundertprozentig so passieren, dass irgendwas, die Kameras einfrieren werden. Die Frage ist nur Backup-Cameras. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie so gut sind. Aber jetzt müssen wir auf die Statik sehr achten, dass wir wissen, okay, das ist kein, ein normales Bild, worauf wir schauen. Weil wenn es ein Bild wäre, ich meine, ein Video ist ja oft einfach mehrere Bilder aneinandergereiht, okay, das ist einfach nur ein Video. Mehr ist es eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Okay, die Waffe haben wir da, um Chica zu eliminieren. Äh, und die Power ist da für Bonnie. Okay, also gibt es hier Chica, Bonnie und Freddy sozusagen, die einfach nur anders aussehen. Also, wenn das jetzt der letzte Kurs ist, dann ist das ein ziemlich kurzes Spiel. Aber das ist kein Problem für mich, bin ich ganz ehrlich. Aber dieses Minigame war irgendwie witzig. Ich dachte nur, das müssen wir tun, während wir das hier spielen. Anscheinend aber nicht. Und das habe ich sogar ein bisschen gejumpscared, bin ich ganz ehrlich. Okay, warte, ich Statik anschauen, alles gut. Okay, ich benutze die Kameras eigentlich gar nicht, so wirklich, ne. Das ist quasi das Ding. Nein, die Kameras sind eigentlich nicht so wichtig. Denn im Endeffekt, ja, ich meine, wir wollen eigentlich nur gucken, ob hier irgendwas im Schacht ist. Und die Kameras sind dazu da, um die Bestellung zu akzeptieren. Also das wird auch sehr wichtig sein. Okay. Bis jetzt bleibt alles sehr gut. Wir sind sehr gut dabei. Oh, warte, das habe ich vergessen. Nicht den Rhythmus verlieren, Leute. Meistens wird es auch schwerer, sobald wir die erste Bestellung angenommen haben. So ist es halt einfach, Leute. Okay. Wir sind gut dabei. Ich kann nicht glauben, dass der letzte Tag sein wird, aber es könnte sein, dass wir hier ein paar Mal failen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie lange das Video sein wird. Boonie kann übrigens auch hinter dem Fenster scheinen, er kann recht erscheinen. Und wenn Chica kommt, dann können wir sie nicht sofort anschießen, leider. Sondern wir müssen ein bisschen warten. Ist quasi wie so dieses Western-Ding. Oh. Oh. Okay, jetzt, Fan. Okay, ist weg, oder? Ja. Cool. Cool. Achso, also man kann ja einfach angucken währenddessen. Okay, das ist cool. Ah, die Dichsel ist da. Oh mein Gott. Okay, warte. Alles gut. Jetzt haben wir eine Bestellung bestätigt. Eine von, wie viel war das? Drei oder so, oder? Ne, zwei und dann muss man einfach nur warten, bis die ankommt. Genau. Okay. Ich hoffe, ich kann das am Start weg erkennen. Okay, jetzt. Back up. Oh, das ist uncool. Digga. Wie lange geht's wieder? Okay, Gott sei Dank. Das ist eigentlich kein Problem, oder? Also, wenn das der Fall ist, ist es auf jeden Fall nicht das schwerste FNAF-Game, aber wow. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, Leute. Ob es noch mehr Orders gibt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, Leute. Okay. Aber ja, man kann auf jeden Fall sehen. Was ist das jetzt? Power Load. Oh oh. Was? Leute. Achso. Yes. Erster. Okay, sehr gut. Man muss halt... Hä? Okay, sie geht wieder weg. Das weiß ich zu schätzen gerade. Bonnie irgendwo? Ich sehe den... Okay, ich höre was. Ich höre auf jeden Fall was. Okay, ja. Yep. Bitte verzieh dich. Okay, er müsste weg sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob er weg ist. Er ist weg. Also, sobald es dunkel wird, ist er weg. Das ist ein kleines Risiko, was ich manchmal eingehe, aber ist so. Also, ich weiß nicht, ob das schwer sein soll oder nicht. Es könnte auch sein, dass manche Leute das schwer ansehen. Manchmal sehe ich Sachen das schwer an, die andere Leute nicht das schwer ansehen. Ist ja einfach so. Oh, da ist, ähm, ja. So, er geht weg. Power on. Okay, mach das hier. Niemand da. Kann man das funktionieren noch? Es wird immer noch gesendet. 33 Prozent. Okay, also wenn wir verrecken, dann könnte es sein durch die, ähm, Energie, die wir spenden. Nein, eine interessante Sache ist, die Kamera, was zu benutzen, verschwört keine Energie. Und, ja, ich mag das System mega. Es ist halt simpel. Das mag ich halt, ne. Und ich mag es, wenn es am Anfang simpel ist und da kommen mehr Sachen dazu. Das finde ich komplett okay. So, wenn du auf einmal noch irgendwie eine andere Kamera beobachten musst. Das muss ja auch schwieriger werden. Schwieriger werden. Aber, ja, bis jetzt sind wir ganz gut dabei, würde ich sagen. Okay, wie lange noch? Wie lange noch? Schau die Kamera das an, Digga. Das kannst du nicht vergessen. Das kann man nicht vergessen. Und solange die Kamera rebootet, also wenn die Kamera aufhört zu funktionieren, dann können wir einfach die Kamera erstmal ausschalten. Das ist kein Problem. Okay. Und? Er ist weg. Er müsste weg. Oh, okay, Chica ist dort. Chica ist dort. Nein, Chica, ich bin tot. Oh, jetzt. Oh. Oh mein Gott. Ach, Digger. Ich weiß auch nicht, wo das lag. Ich habe doch eigentlich... Ich habe doch eigentlich alles beobachtet, oder nicht? Oh, nee. Okay, das könnte... Crazier werden, als gedacht. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Das könnte doch crazier werden, als gedacht. Weil, es könnte auch Pech einfach sein, okay? Ich finde das Spiel trotzdem einfach, ich sage es nur. Und die Jumpscares sind auch nicht so schlimm. Die Jumpscares sind okay. Obwohl, manchmal habe ich Tage, da bin ich Jumpscare-Barder. Und manchmal habe ich Tage, da bin ich weniger Jumpscare-Barder. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber wenn ja, dann cool. Also, ich weiß nicht, steht das im Lexikon? Ich weiß es nicht. Manche Wörter, die Leute sich ausdenken, die stehen im Lexikon irgendwann. Weil das halt zu realen Wörtern wären. Ich habe jetzt aber kein Beispiel. Bestimmt steht LOL. Ja, hundertprozentig steht LOL im Lexikon, Leute. Ich weiß gerade nicht, wie ich darauf komme, aber ich mache ja nur. Okay, die Frage ist, ich muss halt Wege finden, um alles so schnell wie möglich zu checken. Ja, das gefällt mir ganz gut eigentlich. Aber Chica, man, die kamen ja doch beide gleichzeitig. Was soll ich da bitte machen? Irgendwie pisst mich das ein bisschen an, bin ich ganz ehrlich, Leute. Und wir sind erst noch bei Deliver, Preparing. Das ist... Däger. Okay, man muss aber dazu sagen, eine Nacht dauert hier auf jeden Fall deutlich länger. Also hundertprozentig. Oh, ach so, sendet er. Ja gut, aber dann dauert es ja auch noch Ewigkeiten, ne? Obwohl ich glaube, was ist... Ich glaube, Preparing dauert länger als Sending. Also ich glaube, wenn da Sending steht, also am Senden, dann schickt er es zu mir, was auf jeden Fall deutlich schneller geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wenn ja, dann High Five. Ach, pscht. Cool, cool. Vielleicht habe ich mal wieder Recht, Leute. Wahrscheinlich habe ich mal wieder Recht, wie immer eigentlich. Ich habe echt oft Recht. Ihr werdet über... Ihr werdet erstaunt, wie oft ich Recht habe. Es ist wirklich crazy. Manchmal bin ich selbst schockiert, wie oft ich eigentlich Recht habe. Aber das ist ein anderes Thema, Leute. Okay. Wir chillen erstmal. Okay, was passiert hier gerade, Leute? Ich brauche einfach... Manchmal kommen die gar nicht, manchmal kommen... Oh, Däger. Das verwirrt mich dort einfach nur. Ja, wahrscheinlich kommen die gleich erst. Obwohl Sending könnte genauso lange dauern wie Preparing. Okay. Ich habe nur ein kleines Problem mit dieser Waffe hier. Okay, alles gut. Ich habe kein Problem damit, das will ich auch nicht sagen, aber... Mancher pisst sie mich schon ein bisschen an, weil es ist halt irgendwie komisch. Und man weiß auch nicht genau, wann man schießen kann. Okay, jetzt wird es schwieriger. Okay, warte mal. So. Okay. Okay, einfach nur wieder ein Rhythmus kommen. Es ist egal. Die andere Kamera ist mir eigentlich egal, bis jetzt zumindest. Ist einfach so. Die anzuschauen ist lebensmüde. Außer natürlich, wenn du die Kamera reparieren musst. Diesmal ging ich sie auch nicht kaputt. Also, ich bin mir sicher, die Kamera wird auf jeden Fall jedem Run einmal kaputt gehen. Ich denke, das hat der Entwickler so ein System eingespeichert. Aber, ja, ansichtig ist das, glaube ich, gar nicht so lange... Oh, nein, 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 nein. Das ist schlecht. Das darf nicht passieren, Leute. Okay, er ist auch dort. Wow. Digga. 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 Oh, scheiße. Das ist... Alles andere als gut gerade. Können wir überhaupt verrecken, wenn das passiert? Oh, Gott. Okay. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Jetzt wird wieder abgewartet. Ich frage mich sowieso, ich sehe einen Punkt die ganze Zeit. Ach so. Also, irgendwas wird geladen. Okay, ich würde gerne meine Power wieder auf Null bekommen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Was ist... Ich glaube aber... Okay. Das ist... Ja, das ist wichtiger. Ja. Ich sehe es gerade. Links ist das Wichtigste, das hier. Nein. Okay. Chica kommt. Das Gute ist... Wenn Chica kommt... Warte. Okay. Da kommt noch jemand. Und... Power aus. Okay. Er ist nicht da. Mach Power wieder an. Schau nach rechts. Niemand da. Okay. Also, ich... Ah. Ja, ich bin doch kein Profi in dem Spiel. Also, das kann man auf jeden Fall noch besser machen, glaube ich. Aber dafür, dass wir erst zu kurze Zeit spielen, ist es schon gar nicht mal so schlecht. Muss ich einfach mal so sagen, Leute. Dafür ist es ziemlich okay. 50% ist aber nicht grandios, bin ich ganz ehrlich. Gegleitzt sollten wir die nächste Dingsabonze bekommen. Oh, warte. Kamera schauen. Ja, ich glaube, das hier ist wichtiger als das rechts. Ich glaube, hier hat man ein bisschen länger Zeit. Kann ich... Okay. Jetzt. Und. Okay. Ja, es ist wichtiger. Ja, ja. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Hundertprozentig. Aber ich habe die nicht gehört. Da ist das Ding. Okay. Ist er weg? Oh, nein. Chica, 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 Chica. Okay. Und jetzt. Okay, pack die Waffe weg. Schau nach da. Hier ist niemand. Wow. Jetzt ist da jemand, oder? Nein. Wir sind wieder bei... Unter 50%. Oh, annehmen. Scheiße. Oh, nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Mach dir jemand, zeig mir die Kamera. Okay, alles gut. Okay, niemand hier. Oh, was mache ich denn mit Chica? Das ist das Problem. Das dauert immer so ein bisschen. Und manchmal verklick ich mich. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Okay. Easy. Einfach so schnell. Ich weiß nicht, ob es besser ist, schnell zu sein. Jetzt müssen wir aber, ich glaube, nur warten, bis das Essen hier ankommt. Dann sind wir fertig. Ja. Glaube ich zumindest. Okay. Oder ich könnte auf die Kamera sogar noch ein bisschen seltener gucken. Ich höre was. Was war es? Äh. Leute? Scheiße. Oh, nein. Links. Oh, mein Gott. Oh, Leute. Oh, mein Gott. Ist das tricky. Krass. Oh. Okay, was war mein Fehler? Ich glaube, es waren die Geräusche. Die haben mich ein bisschen zu stark beeinflusst. Ja. Es waren... Ah, verdammt. Okay. Ja, ja. Doch, doch. Doch. Hundertprozentig. Sobald wir es von links hören, dann wissen wir, wir sind kurz davor gejumpscared zu werden und müssen das Licht anmachen. Das ist... Ich glaube, es hat Priorität gegenüber allem anderen. Seht ihr, was meine ich? Bei FNAF Games sind wir dasselbe. Ich muss jetzt nicht wirklich nachgucken, was kann ich besser machen, weil... Ich sehe... Ich habe ja... Ich habe es ja gehört, was ich besser machen kann. Okay. Okay. Die erste Bestellung ist da. Alles klar. Na dann. Let's go, würde ich sagen, Leute. Ich meine, ich würde gerne die andere Kameras auch noch beobachten, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht und so. Aber es ist halt ein bisschen tricky, weil... Ja. Weil es halt einfach irrelevant ist, wenn es um das... Äh... Um Gewinnen geht. Ist einfach so, Leute. Okay. Ja, ich denke immer noch, dass... Links die Priorität ist. Ja. Das ist so der... Weil wir... Okay. Okay, ich kann sie nicht so... Jetzt. Okay, das meine ich, Leute. Dass man das erst schießen kann, wenn sie nach oben geht. Das habe ich gelernt, weil ich... Okay. Backup. Scheiße, das Problem ist... Oh! Wir können den Strom jetzt gar nicht ausschalten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das habe ich hier gar nicht berücksichtigt. Das ist alles anders gut. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Bitte. Die Prozentzahlen müssen runtergehen. Oh. Die Kameras ging aus und ich konnte den Dings halt nicht mehr ausmachen, wodurch meine Energie zu sehr gestiegen ist. Was? Oh wow. Das war knapp. Das war ein Tickchen knapp sogar. Oh. Digga. Mach den Strom aus, sobald er weg geht. Jetzt. Mal gucken, ob er hier ist. Ja, ist er, ist er, ist er, ist er, ist er, ist er. Oh. Freddy checken. Alles gut. Oh nein. Die Energie. Die Energie. Die Energie. Aber meistens geht die Power nur aus, wenn ich den Ventilator benutze. Oh no. Ich brauche jetzt wirklich ein bisschen Energie, Leute. So ein Tickchen nur. Ja, nach drei ist das einfach deutlich schwieriger als alle anderen Nächte. Okay, hier ist jemand. Ja. Hier kurz checken. Niemand hier. Er geht weg. Sie geht weg. Digga. Mach an, mach an. Mach an. Mach an. Und mach aus. Oh my God. Ja, jetzt kommen die sehr oft von dort. Aber ist okay. Ich glaube, es ist normal, dass wir viel Energie verbrauchen. Ja, sehr normal, glaube ich sogar. Ja, guck mal. Sie geht wieder runter. Ja. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst, wenn Chica mich ablenkt. Ich glaube, wenn wir Chica sehen, machen wir links. Oder Bonnie sehen. Oh Gott. Okay. Disable Fan. Digga. Ist okay. Ich glaube, das ist normal. Oh, delivered. Oh my God. Scheiße. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt, Leute. War meine Schuld. Es war meine Schuld. Oder habe ich es doch rechtzeitig gedrückt? Ich weiß es doch nicht, Leute. Oh nein. Oh nein. Man muss es ganz schnell machen. So. Okay. Und disable. Disable. Einmal nur anmachen. Ist die Kamera kaputt? Nein. Ganz kurz. Unter 70 Prozent, bitte. Okay. Ja, wir sind wieder unter 70 Prozent. Wir sind also noch ganz gut dabei. Kommt da jemand? Oh my God. Bitte komm nicht her, Bonnie. Okay. Wir sind noch bei Delivering, Digga. Es dauert noch. Das würde jetzt mal eine Zeit lang so weitergehen. Aber wirklich ging das hin. Solange du cool bleibst. Bitte bleib cool. Wenn du nicht cool bleibst, es liegt alles an dir. Ich sage euch, wenn die Kamera jetzt kaputt geht, sind wir wirklich am Arsch. Oh, da kommt jemand. Okay. Mach fern aus. Okay, jetzt hier gehen. Okay, niemand hier. Niemand hier. Oh. Oh. Komm, mir mal her, meine Kleine, was genau passiert ist. Oh je. Oh. War das schon unten rechts die ganze Zeit? Oh man. Okay, das wird... Bin ich ganz ehrlich. Das ist Next Level. Das ist gerade... Sending, okay. Wir müssen jetzt aber nichts mehr... Wir müssen jetzt nur noch warten. Digga. Ist das creepy. Bisschen zu creepy, meines Erachtens nach. Oh, scheiße. Okay, geh hier hin. Okay. Mach das. Jetzt. Schieß. Pack das weg. Mach das aus. Geh hier hin. Mach das aus. Okay, wir haben die Arschkarte. Ich würde sagen, wir haben... Na, wir haben noch nicht ganz verloren. Okay, alles gut. Okay, jemand kommt. Ja, du bist schnell. Du bist sehr schnell. Oh no. Leute. Ich kann das nicht... Oh, scheiße. Ich habe verloren. Ich habe verloren aus deinem Rund. Ich kann nichts mehr machen. Oh my God. Licht aus. Ich bin tot. Mach Licht an. Ich bin tot. Oh. Ich kann nicht glauben. Okay, das müssen wir... Das ist alles, was wir tun müssen. Danke für die Hilfe. Geh... Geh zurück zur... Geh... Oh, zur Dining Area. And you'll get on your... Und geh nach Hause. Geh nach Hause? Ähm... Ähm... Das ist... Wow. Das war ein grandioses Snuff Game. Wow. Das war wirklich crazy, Leute. Aber ja. Das war's für das Video. Lasst mal oben da. Abonniert, kommentiert, föhnt ihr Rhythmus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye. Oh, warte. Es gibt hier noch einen Final Course. Leute, wenn ihr das auch noch sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Also, jetzt wirklich bye.